Musik Herzlich willkommen auf dem therapeutischen Bauernhof des PCL in Wissloch. Mein Name ist Markus Löschmann, ich bin Schreiner und Arbeitserzieher. Das ist meine Kollegin Sabine Pallen von Beruf Heilerziehungspflegerin. Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Therapeutische Bauernhof ist ein Angebot der Arbeitstherapie in der forensischen Klinik und bietet 10 Therapieplätze. Es gibt vielfältige landwirtschaftliche, hauswirtschaftliche und handwerkliche Aufgaben. Vor allem die Tierversorgung gibt unseren Patienten die Möglichkeit, Verantwortung für die zahlreichen Tiere zu übernehmen. Auch eine Streuobstwiese und einen Bauerngarten gibt es zu pflegen. Die Produkte werden beim gemeinsamen Frühstück und dem einmal wöchentlich stattfindenden Kochtraining verzehrt. Alle Bauprojekte und Restaurationen werden von unseren talentierten Patienten und Mitarbeitern durchgeführt, wie zum Beispiel das Anlegen von Wegen, Pflasterarbeiten, Beete, Brotbackofen, Erdkeller, Teich, Stallungen und viel mehr. Schön, dass ihr da wart!